Prapada Dvihasta Utthita Viparita Virabhadrasana Vivian zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist Stellung mit Beinen auseinander und dann wie in der normalen Heldinnenstellung gibst du den einen Fuß nach außen und dann hebst du die Fase, so ist es Prapada, dann streckst du die Arme aus und so wärst du jetzt in Prapada Virabhadrasana. Jetzt faltest du die Hände über dem Kopf und beugst dich dann zu der Seite, wo das Bein gestreckt ist und so bist du in Prapada Dvihasta Utthita Viparita Virabhadrasana und Prapada heißt auf den Zehenspitzen, Dvihasta, beide Hände, Utthita gut gedehnt. Soweit zu diesem Asana. Alle Variationen von Virabhadrasana, Heldinnenstellung findest du auf wiki.yoga-vidya.de Heldinnenstellung im Auftrag des WDR Vielen Dank.